Die Universitätsstadt Haas Inmitten der Champagne liegt die Universitätsstadt Haas. Die Stadt wurde im Jahr 80 von den Kelten gegründet und stand über Jahrhunderte im Zentrum europäischer Geschichte. Zunächst Hauptstadt der römischen Provinz Belgika, dann bedrohten zuerst die Barbaren und dann das germanische Volk der Vandalen die Stadt. 451 wurde sie von den Hunnen erobert. Hier eine Ausgrabungsstätte. Am 7. Mai 1945 wurde in Haas, im damaligen Hauptquartier von General Eisenhower, die bedingungslose Kapitulation Deutschlands unterzeichnet. Ebenfalls in Haas fand 1962 das Versöhnungstreffen zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer statt. Die Kathedrale Notre-Dame gilt als eine architektonisch bedeutende gotische Kirche in Frankreich. Im dritten Jahrhundert richtete Papst Sixtus in Haas eine Diözese ein, und im vierten Jahrhundert wurde hier die erste Kirche gebaut. Nach einer Legende hatte gegen Ende des fünften Jahrhunderts der heilige Remigius als Bischof von Haas den Frankenkönig Clodwig I. getauft und mit einem vom Himmel herab gesendeten Öl gesalbt. Daraus leitete der Erzbischof das Recht ab, in der Kathedrale von Haas die Könige von Frankreich zu grünen. Das war entscheidend für den Aufbau des Frankenreiches. Zwischen dem 12. und dem 19. Jahrhundert wurden hier fast alle französischen Könige gegrünt. Haas ist also eine Art nationaler Gedenkstätte der Franzosen. Im 9. Jahrhundert wurde die alte Kirche durch einen Neubau ersetzt. Nach einem Brand wurde 1211 mit dem Bau der jetzigen Kirche begonnen, der etwa 100 Jahre dauerte. Bis zum 15. Jahrhundert wurde die Kathedrale immer mehr erweitert und ergänzt. Durch die deutsche Artillerie wurde die Kirche im Ersten Weltkrieg vier Tage lang beschossen. Als Folge davon war das Dach vernichtet und viele der mittelalterlichen Skulpturen zerstört. 1938 wurde die Kathedrale wieder in Gebrauch genommen. Den Zweiten Weltkrieg überstand die Kirche nahezu unbeschädigt. 2. Jahrhundert Untertitel Weltkrieg 1. Jahrhundert 1. Jahrhundert 2. Jahrhundert